Heute hat Golden State Warriors gegen Houston gewonnen. Ganz knapp. Die letzte Punkt hat entschieden und vielleicht die Anfangsszene hat er vielleicht entschieden. Ne, da waren die anderen Laminien. Dadurch ist State Warriors dritter und Austin ist dadurch vierter. Das heißt, sie haben sich in den letzten Spielen war noch letztens Elfter. Jetzt sind sie Vierter. Oklahoma hat sich auch verbessert. Zweiter. Aber in der insgesamten Tabelle Showstone neunter und Golden State Warriors sechster. Und insgesamt haben sie schon 18 mal gespielt. Neunmal hat Oklahoma gewonnen und neunmal Houston. Der beste Spiel des Spiels? Nein, nicht du. Und nicht du. Sondern er hier. Er hat 46 Punkte gemacht und 10 Reb und 15 Assists. Jetzt. 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 habe ich jetzt eine Ausbildung story. Deine.